. Breaking News, liebe Zuschauer, hallo, wir unterbrechen einmal ganz schnell das aktuelle Programm, denn wir haben ein brandneues Produkt. Ja, der neue Katalog ist ja ganz druckfrisch noch, der ist quasi noch warm. Und da gibt es auch immer die neuen Produkte. Die trudeln jetzt nach und nach ein und wir dürfen die dann auch immer sofort hier präsentieren. Sie sehen die natürlich als Pearl TV Zuschauer auch immer zuerst. So schaut er aus. Sie werden ihn auch die nächsten Tage dann direkt nach Hause bekommen, aber hier einfach bei Pearl TV immer dranbleiben. Dann präsentieren wir Ihnen die neuen Produkte selbstverständlich auch und Sie bekommen die dann auch immer zu TV Sonderpreisen. Deshalb einfach eingeschaltet lassen, Pearl TV und Sie sehen die neuen Produkte. Und hier jetzt was ganz, ganz Spannendes. Auf Seite 47 vom Katalog, da gibt es Smartphone-Zubehör. Und das ist natürlich toll, weil heutzutage macht man ja ganz viel mit dem Smartphone. Zum Beispiel dann auch Fotografieren. Man lässt ja häufiger mal seine hochwertige Kamera dann zu Hause und macht wirklich die tollen, schicken Fotos dann auch mit dem Smartphone. Und das können Sie jetzt. Und zwar fotografieren wie ein Profi, aber mit Ihrem Smartphone. Vor allem mit dem Produkt, das wir Ihnen jetzt zeigen. Das ist eine Riesensensation. Ja, Riesensensation trifft es jetzt auf den Punkt, liebe Zuschauer, weil das ist jetzt ein Riesen-Vorsatz-Objektiv. Hier sehen wir das Ganze jetzt mal. Sie kennen wahrscheinlich unsere Vorsatz-Objektive, sage ich ja immer daraus. Macht man ganz einfach aus dem Smartphone mit so einem Vorsatz-Objektiv eine DSLR, so eine große Kamera. Da hat man ja auch diese Wechsel-Objektive. Je nachdem, was man braucht. Das funktioniert hier ganz genauso einfach mit der Klemme, was wir jetzt hier haben. Das ist aber wirklich was ganz Besonderes. Das ist nämlich jetzt, bitteschön, ein Tele-Objektiv mit 18-facher Vergrößerung. Wow! 18-fach. Das ist einfach unfassbar. Also ich habe das mal so grob geschätzt umgerechnet. Also für Fotofreunde, wenn man da sagt, ich habe da jetzt ein Tele mit etwa so 450 Millimeter Brennweite oder so. Das müsste so in etwa hinkommen mit 18-facher Vergrößerung. Das haben wir jetzt hier. Und damit kommt man natürlich richtig nah ran ans Motiv. Und das ist ja immer ganz wichtig. Ich glaube, jeder, der schon mal irgendwie Fotos gemacht hat oder beispielsweise auch sagt, ja bitte, ich möchte da gerne mal so einen Fotokurs oder so. Ja, das ist das Erste, was man da erfährt. Ran ans Objekt. Damit kommt man natürlich dann immer nicht wirklich weiter, wenn man zum Beispiel in so einer Natur steht, wo man sagt, oh je, wie komme ich denn da jetzt hin, wenn ich zum Beispiel auf einem Berg stehe und sage, ja, wunderschönes Panorama, habe ich jetzt so eingefangen. Aber guck mal, da hilft dieses Gipfelkreuz. Ja, wie komme ich denn dahin? Dazwischen liegt das Tal. Wie soll ich da nah ran? Da hilft nur ein Teleobjektiv. Und das haben Sie jetzt für Ihre Smartphone, für Ihre Smartphone-Kamera. Ganz einfach hier über die hintere Linse wird das Ganze hier gestülpt. Also ich zeige Ihnen das einfach mal. Das ist hier einfach, das ist dieser Klemmer. Der wird hier einfach nur aufgesetzt auf das, das bedeutet natürlich vor allen Dingen auch, Sie sind völlig unabhängig vom Betriebssystem, weil ja, das ist keine Software. Das ist einfach wie ein Wechselobjektiv bei der großen Kamera. Also können Sie überall draufpacken, egal ob Sie jetzt ein Android-Gerät haben, ein iPhone haben wie das hier oder irgendein anderes Betriebssystem. Und nicht zuletzt, das Ganze wird jetzt bitteschön auch noch nicht reduziert, nicht die Auflösung Ihrer Kamera, Ihres Smartphones. Das hat man ja bei diesem digitalen Zoom immer so. Sie kennen das mit diesen zwei Fingern. Wenn man die so auseinanderzieht, dann zoopt man ja auch rein, kommt man ja auch näher ran. Aber das ist digital. Das heißt, man verliert Pixel, Megapixel sogar. Das heißt, hinterher ist es grob, das Bild oder unscharf oder was auch immer. Ja, und das ist eben halt hier nicht so, weil wir arbeiten ja hier rein, also mit einem Objektiv, also rein weg mit Optik. Also da ist nichts digital, das ist analog sozusagen hier. Und das ist eben, jetzt haben Sie immer mit dabei Ihr Smartphone, jetzt das Ganze auch noch hier mit dem entsprechenden Aufsatz. Auch das kann man hier haben. Und übrigens auch ganz witzig, wenn Sie es vielleicht gar nicht als Smartphone brauchen, wir haben auch hier diesen Aufsatz noch mit dabei. Den können Sie da hinten auch draufstecken. Und dann können Sie das wie so ein Fernrohr auch benutzen. Also das ist so ein Okular hier, vors Auge kommt das Ganze hier. Moment, so sieht man es nicht. Hier, wenn das jetzt mal ein Auge wäre, kann man da so durchgucken, wie so ein kleines Fernglas. Also ich finde es sensationell. Und der Preis, der kann sich aber wirklich auch sehen lassen. Ich brauche kein Teleobjektiv für. Also 76, also das ist eine riesen Sensation, das Ganze. Und dann können Sie hier diese tollen Fotos und Aufnahmen machen mit Ihrem Smartphone. Es ist ja wirklich so, also ich merke das ja auch, selbst wenn man dann so eine teure Kamera hat, vielleicht nimmt man sie sogar mit. Aber dann, wenn man auf Wanderung, wie du gerade dieses Beispiel zum Beispiel beschrieben hast, man macht dann eine Wanderung, aber dann in den Rucksack jetzt noch die schwere Kamera mit reinpacken, das macht man dann halt nicht. Oder dann auch... Kann ja auch kaputt gehen. Genau. Oder auch auf dem Ausflug, wenn man dann mit der Familie irgendwie auf dem Ausflug ist, ah nee, komm, lassen wir die Kamera dann doch lieber im Hotelzimmer oder so im Safe, weil die war ja dann auch teurer. Und dann nimmt man nur das Smartphone mit, dann möchte man trotzdem das ein oder andere tolle Foto machen. Dann nimmt man sowas mit, weil man macht die Fotos ja dann mit dem Smartphone. Und hier für 21,76 Euro jetzt trotzdem diese Aufnahmen machen, wie ein Profi. Das ist, finde ich, eine richtige Sensation, macht richtig viel Spaß. Also super toll. Und das ganze Zubehör hier ist alles mit dabei? Genau, das ganze Zubehör ist mit dabei, das Okular, die Klemme natürlich sowieso und selbstverständlich hier auch der Schutz, dass das Ganze natürlich hier auch geschützt wird. Wir haben das Reinigungstuch mit dabei, das Beutelchen, wo Sie alles mit reinstecken können. Alles komplett zusammen, so wie es hier dasteht, für 21,76 Euro. Jetzt ganz neu bei uns im Programm. 21,76 Euro das Ganze. Unser Vorsatz, Teleobjektiv mit dem Smartphone-Stativ dann auch, liebe Zuschauer. 21,76 Euro. Stativ auch noch, richtig, habe ich etwas vergessen. Das ist hier das Komplettset, also Sie sehen es ja auch nochmal, das Stativ mit den drei Beinen, selbstverständlich auch für Sie im Lieferumfang mit dabei. Also Sie können Ihr Smartphone dann auch perfekt auf dieses Stativ aufbauen, wenn Sie das dann möchten, um da natürlich dann auch tolle Bilder zu machen. Das ist auch für Sie im Lieferumfang direkt mit dabei, für 21,76 Euro. Und dann hier nochmal diese 18-fache Vergrößerung. Also super schön, um da tolle Aufnahmen zu machen. Vielleicht auch mal so vom Balkon runter, wenn man da was fotografieren möchte. Richtig. So schön rein vielleicht in den Garten, irgendwie so tolle Nahaufnahmen oder so. Also machen Sie da mal, legen Sie mal los. Gerade Fotografie ist ja wirklich für viele ein tolles Hobby. Es ist ein ganz, ganz brandneues Produkt hier aus unserem Katalog auf Seite 47 aus dem neuen Katalog. Da sehen Sie es dann auch, wenn Sie einen Katalog bekommen. Aber Sie sind ja clever, Sie bestellen jetzt hier schon. Da sehen Sie es auch, da ist es auch einmal abgebildet. Da sehen Sie es auch immer. Die neuen Produkte sind immer hier mit diesem Neutec auch gekennzeichnet. Da sehen Sie es einmal hier fotografieren, wie mit einer DSLR-Kamera. Das können Sie dann auch. Auch hier übrigens ausgezeichnet. Hat einige Auszeichnungen auch bekommen hier dieses Produkt. Da sehen wir es auch nochmal hier von Connect. Und hier Smartphone auch hier mit gut abgeschnitten. Auch hier vier von fünf Sternen. Also richtig tolle Bewertungen bekommen das Ganze. Super genial. Und hier innerhalb von zwei bis drei Tagen dann aber schon bei Ihnen zu Hause. Und das jetzt hier zum TV-Sonderpreis von 21,76 Euro. Sie sind ja immer clever. Als Pearl-TV-Zuschauer bekommen Sie dann direkt immer schon den TV-Sonderpreis. Deshalb nutzen Sie das aus. TV-Sonderpreis ist jetzt für Sie gültig. Wenn Sie jetzt telefonisch bestellen unter der 0180 51 51 3 mal die 2. Einfach die Bestellnummer angeben. Das ist hier die ZX 29 52 569. Immer an die 569 am Ende der Bestellnummer denken. Oder auch online bestellen unter www.pearl.tv. TV ist ganz wichtig am Ende. Da sehen Sie dann das Produkt direkt unten. Dieses Vorsatz-Teleobjektiv mit Smartphone-Stativ. Da einfach dann draufklicken. Und dann es hier in den Warenkorb einmal reinlegen. Da auch 569 am Ende. Immer darauf achten, dass die Bestellnummer so ist. Und dann bekommen Sie es zum TV-Sonderpreis. Und das kleine Stativ. Das kann man natürlich auch wieder kompakt zusammenklappen. Dass es auch wirklich ins Reisegepäck mit reinpasst. Oben dieser kleine Halter. Das ist auch so ein Universalhalter mit so einer Klemme. Das heißt, da kann ich auch mit unterschiedlichsten Breiten von den Smartphones her operieren. Da passt, man sieht das da oben, dieser silberne Part hier. Das ist dieser flexible Teil. Hier unten auch schön gummiert. Das alles komplett gehört auch noch mit dazu. Passt natürlich auch alles hier mit rein. Da haben Sie wirklich immer alles mit dabei. Und so ein Stativ ist natürlich nicht nur für Teleobjektivaufnahmen ideal. Das kann man einfach immer gebrauchen. Beispielsweise auch, wenn man mal schöne Gruppenaufnahmen machen möchte. Alles komplett hier zum Spitzenpreis bei uns. Sie sehen es, also ein Stativ kann man immer gebrauchen. Und dann hier auch noch dieses tolle Vorsatz Teleobjektiv. Sie bekommen hier alles jetzt zum Spitzenpreis. Das heißt, schnell bestellen. Also ein tolles neues Produkt, das wir Ihnen hier aus dem brandneuen Katalog zeigen durften. Jetzt können Sie gleich zuschlagen. Das ist wirklich fantastisch.